Ja, willkommen am Limit, Alexander Schumann hier. Heute endlich mal wieder nach langer, langer Zeit ein Video. Und zwar fütter ich heute meine Tiltocatel albopilosus, meine Krausevogelspinne. Und ich habe sie heute mal mit der Lumix gefilmt. Ich werde gleich sehen, dass das anders ausschaut wie sonst. Und bin gespannt, ob ich es gefällt oder ob ich es künftig wieder anders machen soll. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Man sieht, die Spinne wartet schon sehnsüchtig in ihrer Höhle. Und jetzt teste ich zuerst einmal mit dem Testgerät, ob sie Hunger hat. Und ganz vorsichtig. Und ja, sie hat Hunger. Die Kamera braucht ein bisschen, bis sie scharf stellt, aber schaut jetzt sehr beeindruckend aus. Und dann geben wir ihr mal was Richtiges. Eine Schabe heute. Und man sieht, sie hat sehr Hunger und hat die Schabe gleich gepackt und in ihre Höhle gezogen. Ja, das war jetzt ein sehr, 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 sehr schneller Angriff. Und ich denke, man hat es jetzt sehr schön gesehen mit der Kamera. Und ja, würde ich sagen, war es das für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder früher. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.